Hey zusammen, heute werden wir einen Blick auf eine etwas weniger bekannte Geschichte werfen, in der es um antike Technologien geht, von denen ihr vielleicht denkt, dass sie eher in einen Sci-Fi-Film gehören als in die staubigen Seiten historischer Texte. Wir werden über antike Energiewaffen oder Directed Energy Weapons sprechen. Klingt futuristisch? Nun, ihr werdet überrascht, wenn ihr wüsstet, wie weit diese Art von Technologie tatsächlich zurückreicht und wie sie im Laufe der Zeit versteckt, ignoriert oder sogar vertuscht wurde. Fangen wir an mit Aschimedes. Ich bin sicher, dass viele von euch seinen Namen bereits kennen. Er ist der alte Grieche, über den wir alle in der Schule gelernt haben, dem Erfindungen wie die archimedische Schraube zugeschrieben werden. Und der dafür bekannt ist, dass er nackt durch die Straßen rannte und Heureka rief, was, wenn man darüber nachdenkt, eine wirklich seltsame Geschichte ist. Als wäre Aschimedes eine Art Figur, die die Technologie und das Verständnis einer früheren Zeit verkörpert, die in einer einzigen Figur zusammengefasst ist. Aber hier wird es interessant. Aschimedes wird auch oft mit der Erfindung eines antiken Todesstrahls in Verbindung gebracht. Eine Waffe, die angeblich römische Schiffe bei der Belagerung von Syrakus in Brand setzte. Dies ist eine sehr bekannte Geschichte, die heute jedoch oft als Mythos oder Propaganda abgetan wird, wenn sie zur Sprache kommt. Was ist hier also los? Könnte diese Geschichte mehr Wahrheit enthalten, als man uns glauben machen will? Und wenn es sich wirklich um ein antikes Gerät handelte, das Metall schmelzen konnte, was sind dann die Implikationen? Könnte es ein Werkzeug gewesen sein, um einen Reset zu bewirken? Kriegsführende Nationen auszulöschen? Oder sogar ganze Zivilisationen auszulöschen? Archimedes ist berühmt für seine Prinzipien der Hydrostatik und Mechanik, die sich in Erfindungen wie der Archimedes-Schraube für die Bewässerung und in mechanischen Vorrichtungen wie der Archimedes-Klaue widerspiegeln, von der angenommen wird, dass sie in der Antike tatsächlich benutzt wurde. Doch aus irgendeinem Grund halten Historiker diesen antiken Wärmestrahl für eine zu fantasievolle Geschichte, die auch außerdem von Missbusters entlarvt wurde. Sogar der History Channel hat ein Video darüber, aber sie erwähnen nur die Informationen und sagen dann, dass es sich um Außerirdische handelt, was eine Schande ist. Ist es zu weit hergeholt zu glauben, dass die Alten einen Weg gefunden haben, Licht für thermische Anwendungen zu verstärken? Wenn Archimedes andere Erfindungen nicht nur plausibel, sondern revolutionär waren, warum sollte dann diese spezielle Geschichte eine Erfindung sein? Liegt es nicht im Bereich des Möglichen, dass ein Genie, das mehrere Bereiche der Wissenschaft revolutioniert hat, einen Weg finden konnte, Sonnenlicht als Waffe zu bündeln? Vor allem, wenn man bedenkt, dass moderne Experimente zwar nicht allgemein bestätigt sind, aber doch gezeigt haben, dass es möglich ist, Sonnenstrahlen zu bündeln, um ein brennbares Material zu entzünden? Könnte es also sein, dass wir es mit verschiedenen Interpretationen oder sogar verlorenen Varianten eines antiken Gerätes zu tun haben? Es ist auch wichtig zu wissen, dass das Verständnis der Optik in der Antike alles andere als rudimentär war. Die Griechen und Römer hatten ein recht ausgefeiltes Verständnis von Linsen und Lichtreflexion. Ein Text aus Antike legt nahe, dass Archimedes Brennglas als Teil seines Todesstrahls verwendete. Damit eröffnet sich ein ganz neues Feld. Verwechseln wir nicht Brennspiegel, auch bekannt als Hohlspiegel, mit Brenngläsern oder Lupen, zwei Technologien, die sich zwar ähneln, aber nicht dasselbe sind. Diese Unterscheidung könnte der Schlüssel zum Verständnis der verschwommenen Grenze zwischen Mythos und Realität in der Archimedes-Geschichte sein. Es könnte sein, dass das, was wir heute als Todesstrahl bezeichnen, in Wirklichkeit eine Weiterentwicklung von Brenngläsern oder Frenellinsen und Spiegeln war, die in der Antike legitime und vielfältige Anwendungen hatten. Brenngläser sind seit Jahrtausenden ein faszinierendes Thema. Es handelt sich im Wesentlichen um große, konvexe Linsen, die die Sonnenstrahlen auf eine kleine Fläche bündeln und die Hitze so verstärken, dass sie Brände entfachen oder Brandwunden verursachen können. Römische Schriftsteller wie Plinius der Ältere erwähnen die Verwendung von mit Wasser gefüllten Glasvasen, um das Sonnenlicht so zu krümmen, dass es Kleidung entzünden konnte. Plutarch beschrieb einen brennenden Spiegel im Tempel der vestalischen Jungfrauen. In diesem Tempel wurde das heilige Feuer der Vesta, das im alten Rom eine ewige Flamme war, wiederentzündet. Übersetztes Zitat Wenn das Feuer durch irgendeinen Unfall erlischt, darf es nicht mit einem anderen Feuer wieder angezündet werden, sondern es muss neues Feuer entfacht werden, indem man eine reine und unverschmutzte Flamme aus den Sonnenstrahlen gewinnt. Sie zünden es im Allgemeinen mit konkaven Gefäßen aus Messing an, die durch Aushöhlung eines gleichschenkligen, rechtwinkligen Dreiecks gebildet werden, dessen Umfangslinien sich in einem einzigen Punkt treffen. Indem man dieses Gefäß gegen die Sonne stellt, konvergieren die Strahlen in der Mitte, die durch Reflexion die Kraft und Aktivität des Feuers annehmen, die Luft verdünnen und sofort die leichte und trockene Materie entzünden, die sie für angebracht halten. Zitat Ende Aristophanes, der große Dramatiker, erwähnte die brennende Linse sogar schon 424 v. Chr. in seinem Stück Die Wolken. Zitat Strepsiades sagt Hast du in Krämerbuden je ein Glas gesehen? Du weißt, durchsichtig, schön und hell, womit man Feuer macht? Sokrates sagt Du meinst ein Brennglas? Strepsiades antwortet Das meine ich. Sokrates erwidert Nun, was soll dir das? Strepsiades Wie wär's, wenn vor Gericht ich in die Sonne trete und dann dem Schreiber unterm Griffel weg das Wachs der Klageschrift gegen mich zerschmelze? Zitat Ende Eine andere Version lautet, übersetzt es Zitat Unter weiterer Ermunterung von Sokrates, seine Gedanken in Luft aufzulösen, stellt er sich vor, die Wachstafeln mit seiner Anklageschrift mit einem Sonnenstrahl, der durch eine Glaslinse reflektiert wird, zum Schmelzen zu bringen. Zitat Ende Was interessant ist, weil Platon die Wachstafeln mit dem menschlichen Gedächtnis vergleicht. Noch wichtiger ist, dass dieser Hinweis etwa 200 Jahre vor der angeblichen Datierung der Belagerung von Syrakus erfolgt. Um es kurz zu machen, die Denker der Antike wussten bereits, dass Sonnenstrahlenobjekte schmelzen oder verbrennen konnten, wenn sie durch Glaslinsen gebündelt werden. Es ist auch erwähnenswert, dass Fresnelllinsen ursprünglich als Brenngläser bezeichnet wurden und im Grunde das gleiche bewirken. Bei unseren Recherchen über Leuchttürme bin ich auf zahlreiche Berichte gestoßen, in denen behauptet wird, dass die Fresnelllinsen an der Spitze wie ein Todesstrahl wirken könnten. Interessanterweise besaßen fast alle ursprünglichen Leuchttürme Fresnelllinsen, die aber in der Neuzeit bequemerweise ersetzt worden sind. Es gibt sogar Videos im Internet, die die beeindruckende Kraft dieser Fresnelllinsen demonstrieren. Sollen wir wirklich glauben, dass dieses Wissen im Altertum nicht vorhanden war? Diese scheinbare Legende von Archimedes kann missverstanden werden, weil sie erst Jahrhunderte nach dem Ereignis von anderen griechischen Autoren erörtert und in Betracht gezogen wurde. Das Fehlen von zeitgenössischen Quellen hat Skepsis hervorgerufen. Es ist jedoch durchaus möglich, dass eine solch bahnbrechende Technologie unter Verschluss gehalten wurde. Nur weil einige griechische Historiker wie Polybius, Titus und Plutarch über die römische Belagerung von Syrakus berichteten, den Todesstrahl aber nicht erwähnten, heißt das nicht automatisch, dass er nie existierte. Könnte es sein, dass eine so verheerende Waffe absichtlich aus den historischen Aufzeichnungen weggelassen wurde? Wenn wir für die Idee offen sind, dass Archimedes selbst eine erfundene Figur sein könnte, die geschaffen wurde, um die Technologien einer vergangenen Ära zu beherbergen, dann könnte das Schweigen über diese Waffe aufschlussreicher sein, als wir denken. Ein weiterer Punkt, den Skeptiker oft anführen, ist Diocles, der 50 Jahre nach Archimedes geboren wurde und ein Werk mit dem Titel On Burning Mirrors schrieb. Das ist das erste Dokument, das beweist, dass parabolische Spiegel Licht bündeln können. Kritiker weisen darauf hin, dass Dio zwar von einem Zeitgenossen des Archimedes spricht, aber nie erwähnt, dass Archimedes einen Todesstrahl gebaut hat. Diocles' ganzes Werk handelt buchstäblich davon, wie man Dinge mit Spiegeln verbrennen kann. Außerdem haben wir nicht einmal den Originaltext, sondern nur Übersetzungen und Kopien. Interessanterweise erwähnt Diocles gleich nach der Diskussion über das Verbrennen mit Spiegeln Archimedes im Zusammenhang mit der Geometrie. Könnte dies ein versteckter Hinweis sein? Ob heimlich oder nicht, Diocles geht ausführlich auf die Macht dieser Brennspiegel ein und die Natur der konischen Formen. Er bestätigt, dass eine zu einer Parabel gekrümmte Form eine enorme Brennkraft hat. Dies wird durch ein enzyklopädisches Werk aus dem 14. Jahrhundert von Mohammed B. Ibrahim B. Zahid Al-Aqfani bestätigt, in dem beschrieben wird, wie die Menschen der Antike diese Spiegel herstellten. Einige hatten flache Oberflächen, andere machten sie konkav. Aber es war Diocles, der zeigte, dass parabolische Kurven die größte Brennkraft hatten. Sollen wir also glauben, dass die Geschichte nicht wahr ist, nur weil es widersprüchliche Aussagen gibt? Oder könnte es sein, dass wir nicht das ganze Bild sehen? Betrachten wir für einen Moment die Hypothese der Phantomzeit-Theorie. Warum klaffen die arabischen Quellen und die antiken griechischen Autoren in dieser Frage so weit auseinander? Könnte es sein, dass diese Geschichte vom nackten Mann, der durch die Straßen rennt und Heureka rief, übertrieben oder sogar erfunden ist? Was zu den Ungereimheiten in diesen historischen Berichten beiträgt? Interessant ist, dass weitere Hinweise auf Archimedes und seinen Todesstrahl etwa 400 Jahre nach seinem angeblichen Tod in den gängigen Zeitrechnungen auftauchen. Diese Hinweise finden sich in Texten wie Hippias or the Baes, der Lukian von Samosar dazu geschrieben wird. In diesem umstrittenen Text gibt es jedoch eine direkte Anspielung auf die Geschichte des Todesstrahls von Archimedes. Archimedes soll mithilfe der Wissenschaft feindliche Schiffe verbrannt haben. Er erwähnt zwar nicht ausdrücklich den Todesstrahl, aber es gilt als altertümlicher Hinweis darauf, dass Archimedes Feuer in Kombination mit Wissenschaft oder fortgeschrittene Fähigkeiten einsetzte, um feindliche Schiffe zu zerstören. Nun, das ist eine große Sache. Man könnte argumentieren, dass es sich einfach nur um eine innovative Nutzung des Feuers handelt, ähnlich wie beim griechischen Feuer. Aber warum ist der Autor dann nicht weiter ins Detail gegangen? Gibt es angesichts der Tatsache, dass das Thema des Verbrennens mit Spiegeln und Gläsern uralt ist, einen Grund, warum dieses besondere Wissen in den Bereich der Mythen verbannt wurde? Die beiden anderen antiken Hinweise auf diesen Todesstrahl stammen aus einer medizinischen Abhandlung von Galenos. Er sagt, übersetzt es Zitat, Aber die Übersetzung ist nicht 100% zuverlässig. Das hier verwendete griechische Wort ist ein wenig rätselhaft, wenn es um Feuer geht. Es könnte sich auf heilige Feuer oder Feuer im Zusammenhang mit Opfergaben beziehen. Die Geschichte wird also ein wenig komplizierter. Die nächste Erwähnung erfolgt etwa 700 Jahre nach Archimedes. Skeptiker fragen oft, warum diese Ereignisse nicht in früheren Quellen erwähnt werden. Wie kann jemand Jahrhunderte später auftauchen und von einer so fantasievollen Geschichte sprechen, wenn so viel Zeit seit den tatsächlichen Ereignissen vergangen ist? Dies ist kein endgültiger Beweis, aber es bringt ein Element der Verwirrung in unsere Vorstellung der Zeitlinie der Geschichte. Der nächste Hinweis stammt von dem Mathematiker Anthemius von Trallas, der versuchte, die Methode zu entschlüsseln, die Archimedes verwendet haben könnte. Er schlägt vor, dass Archimedes römische Schiffe mithilfe von Spiegeln in Brand gesetzt hat. Das bedeutet, dass die Menschen die Geschichte kannten und das Ergebnis verstanden. Nämlich, dass die Schiffe aus der Ferne in Brand gesetzt wurden. Was ihnen fehlte, war die spezifische Methode, Technik oder Eigenschaft, die man braucht, um die zu reproduzieren. Anthemius spekuliert, dass dies mithilfe von Spiegeln geschehen sein könnte. Seine Behauptungen stammen aus einem Manuskript mit dem Titel Mechanical Paradoxes, in dem sogar ein ganzes Kapitel den Brenngläsern gewidmet ist. Anthemius Spekulation ist nicht nur ein Schuss ins Dunkle. Er scheint ziemlich überzeugt davon zu sein, dass diese Methode tatsächlich zu einem großen Feuer führen könnte, wohin auch immer es gerichtet wurde. Die Erzählung, die wir oft hören, dreht sich um den defensiven Einsatz dieser Technologie, insbesondere gegen angreifende Flotten. Aber was wäre, wenn ihre Anwendungen über die Verteidigung hinausgehen? Was wäre, wenn es andere Verwendungszwecke gab, die so einschneidend und potenziell gefährlich waren, dass uns nur wenige Details über ihre Konstruktion überliefert wurden? Skeptiker sehen die unterschiedlichen Versionen dieser Geschichte als Beweis dafür, dass sie erfunden sind, aber ich sehe das anders. Für mich sind diese Diskrepanzen kein Beweis dafür, dass diese Geschichte falsch ist, sondern eher dafür, dass es sich um ein Stück verlorener Technologie handelt. Die Berichte, die wir haben, sind wahrscheinlich Versuche, sie zu rekonstruieren oder wiederzuentdecken. Wenn es vor der Zeit des Archimedes keine Erwähnung der Verwendung von Brennspiegeln durch Anthemius gab, woher hatte er dann die Idee? Die Behauptung, dass dies alles einfach aus dem Nichts erfunden wurde, ist also nicht wirklich überzeugend. Erinnern wir uns daran, dass Diskussionen über parabolisch gekrümmte Spiegel, die in der Lage waren, Licht in intensive Hitze zu bündeln, nur 50 Jahre nach Archimedes Tod aufkamen und dass die Brenngläser und Spiegel im antiken Rom sogar für banale Dinge wie das Kochen von Speisen verwendet wurden. Könnte es also sein, dass Archimedes als eine Art Deckmantel dient? Eine Symbolfigur, die für eine verlorene Technologie steht, die eine Kombination aus gebogenen Spiegeln und Linsen verwendet? 1973 führte der griechische Wissenschaftler Dr. Ioannis Sackas ein Experiment durch, bei dem 60 Matrosen mit länglichen Spiegeln die Sonnenstrahlen auf ein 160 Fuß entferntes Holzschiff fokussierten und es erfolgreich in Brand setzten. Dies liefert den modernen Beweis dafür, dass Archimedes möglicherweise eine ähnliche Technologie verwendet haben könnte. Dieses Konzept wird auch von den heutigen Solaröfen unterstützt, die nach einem ähnlichen Prinzip funktionieren und extrem hohe Temperaturen erreichen. Interessant ist, dass in der Beschreibung des angeblichen Geräts von Archimedes zwischen Brennglas und Spiegeln gewechselt wird. Es könnte sich um ein Übersetzungsproblem handeln. Oder vielleicht benutzte Archimedes tatsächlich eine Art Linse oder antikes Vergrößerungsglas, um Schiffe aus der fernen Brand zu setzen. Skeptiker wie Kepler und Descartes lehnen die Idee als Fantasie ab, doch ihre Gültigkeit wird von zahlreichen anderen wie Diodorus Sikulus, Lukian, Dian, Sonaras, Galen, Anthemius, Eustatius und Setsis bestätigt. Zetsis ging sogar so weit, eine Methode zu entwickeln, mit der dies durch die Verwendung mehrerer Spiegel erreicht werden konnte. Es wird berichtet, dass Archimedes' Erfindung nicht nur einen oder zwei, sondern eine ganze römische Flotte in Brand setzte und zu Asche verbrannte. Wovon reden wir hier also wirklich? Von Spiegeln oder von Brenngläsern? Die Beweise deuten darauf hin, dass es sich um eine von beiden oder sogar um beides handeln könnte. Es ist gut dokumentiert, dass die Antiken mit refraktiven Brenngläsern durchaus vertraut waren. Aristophanes erwähnt sie sogar in seiner Komödie Die Wolken Und die Vergrößerungseigenschaften von mit Wasser gefülltem Glas waren in der Römerzeit allgemein bekannt. Aber gehen wir über Schiffe hinaus. Könnte diese Technologie dazu verwendet worden sein, einen Brand zu legen oder sogar ganze Städte zu schmelzen? Wenn ja, ist es nur logisch, dass eine solche Technologie geheim gehalten wurde. Man denke nur an das griechische Feuer, eine weitere antike Waffe, die in der Zeit verloren gegangen ist und die im Wesentlichen wie ein antiker Flammenwerfer funktionierte. Diese Technologie war ein streng gehütetes Staatsgeheimnis. Wenn also etwas wie das griechische Feuer unter Verschluss gehalten wurde, kann man darauf wetten, dass der Todesstrahl, ein Gerät, das in der Lage ist, Feuer aus noch größerer Entfernung zu entfachen, noch viel besser geheim gehalten werden würde. Zwar gibt es Vermutungen über die Zusammensetzung des griechischen Feuers, doch seine genaue Beschaffenheit bleibt ein Rätsel. Könnte es sein, dass sie fortschrittliche, potenziell katastrophale Technologien absichtlich geheim hielten? Das mag weit hergeholt erscheinen, aber es gibt tatsächlich Beweise, die diese Behauptungen unterstützen. Es ist nur leider so, dass es heutzutage oft als das Ergebnis von Außerirdischen aus der Antike beschrieben wurde. In ganz Schottland gibt es zahlreiche antike Ruinen, die als Befestigungsanlagen oder sogar als ganze Städte gedient haben könnten. Faszinierend ist, dass viele von ihnen extremer Hitze ausgesetzt waren, die stark genug war, um die Steinstrukturen in Glas zu verwandeln. Dieses Phänomen ist als Fitrified Forts oder Verglaste Festungen bekannt und wurde von Wissenschaftlern gründlich erforscht. Ursprünglich dachte man, dass es nur in Schottland vorkommt, doch inzwischen wurden ähnliche Strukturen auch in anderen Teilen West- und Nordeuropas entdeckt. Die Rede ist von massiven, vollständig geschmolzenen Steinfestungen wie Dundiadeil oder Dungeradil, die um 500 v. Chr. errichtet wurden. Einige spekulieren, dass die Steinzeitmenschen eine laserähnliche Technologie benötigt hätten, um eine solche Hitze zu erzeugen. Könnte es sich um eine antike Superwaffe gehandelt haben, die in der Lage war, Stein zu schmelzen? Fans von Graham Hancock und Theorien über Antike Außerirdische sind zwar offen für die Idee, dass die Menschen der Antike über eine Technologie verfügten, mit der sie Stein zu Bauzwecken schmelzen konnten, aber sie ziehen oft nicht in Betracht, dass solche Geräte für groß angelegte Zerstörungen eingesetzt werden könnten, die möglicherweise ganze Zivilisationen auslöschen. Die meisten dieser verglasten Festungen befinden sich in Irland und Schottland. Und es handelt sich um Burgen, die einer Verglasung unterzogen wurden. Diese verglasten Festungen werden manchmal als Wrath bezeichnet, was auf Irisch Festung bedeutet. Viele Forscher haben die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass es sich dabei um einen kriegsähnlichen Akt gehandelt haben könnte. Das würde voraussetzen, dass jemand über eine Technologie verfügte, die in der Lage war, Stein zu schmelzen. Die Verglasung erfolgt bei Temperaturen von über 2000 und manchmal bis zu 3000 Grad Fahrenheit, sodass es unwahrscheinlich ist, dass einfache Holzfeuer diesen Effekt hervorrufen können. Könnten die Römer daran beteiligt gewesen sein? Die Zeitachse ist suggestiv. Die Römer waren um die Zeit, als diese Festungen vermutlich gebaut wurden, mit den Droiden verfeindet. Und die Datierung dieser Bauten stimmt ungefähr mit der römischen Belagerung von Syrakus überein. Vielleicht sollte man die Geschichte von Archimedes Todesstrahl umdrehen. Möglicherweise verfügen nicht die Griechen, sondern die Römer über eine solche Technologie. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätten sie wahrscheinlich selbst versucht, ein solches Gerät zu entwickeln. Könnten diese Verglasenfestungen ein Beweis für eine Art antiker Energiewaffe sein, mit der ganze Städte ausgelöscht werden konnten? Dieses Phänomen ist nicht auf Irland oder Schottland beschränkt. Ähnliche Schmelzeffekte sind in der Türkei zu beobachten, wo viele Burgen und geologische Strukturen in Kappadokien betroffen sind. Obwohl Irland oft mit verglasen Festungen in Verbindung gebracht wird, ist dieses Phänomen auch mit Schottland verbunden, da viele dieser Strukturen auf die Zeit zwischen 1200 vor Christus und 400 nach Christus zurückgehen. Die bekanntesten Beispiele in Irland sind die verglasen Burgen in der Nähe des Dorfes Shantemon, in der Grafschaft Caven und eine weitere in der Grafschaft Londonderry, Nordirland. Beide Burgen befinden sich auf privatem Grundstück, sodass man für eine Erforschung die Erlaubnis der Grundstückseigentümer benötigt. Die gängige Erklärung besagt, dass diese Festungen aus Holz und Stein gebaut wurden und dass das Holz dann angezündet wurde, um den Stein zu schmelzen. Es gibt jedoch mehr Beweise für die Existenz des Todesstrahls von Archimedes als für diese spezielle Baumethode, die in keinem antiken Text erwähnt wird. Wäre das nicht eine nähere Betrachtung wert? Während mehrere antike Referenzen das Konzept des Todesstrahls unterstützen, haben mehrere Experimente auch dessen Realisierbarkeit bewiesen. Andererseits haben keine modernen Experimente erfolgreich gezeigt, dass man Stein auf diese Weise mit Holz für Bauzwecke schmelzen kann. Das Phänomen der Verglasung ist nicht auf Irland und Schottland beschränkt, sondern wird in der gesamten alten Welt untersucht. Einige Forscher haben sogar eine Frage gestellt, ob die in der alten peruanischen Architektur verwendeten Steine geschmolzen wurden. Vielleicht besteht ein Zusammenhang mit den Whispy-Linsen, eine Sammlung von Gegenständen aus Bergkristall, die in Wikingergräben auf der Insel Gotland in Schweden gefunden wurden. Diese Linsen stammen aus dem 11. oder 12. Jahrhundert und besitzen erstaunlich fortschrittliche Eigenschaften, wie biasperische Oberflächen und optimierte Oberflächenprofile für eine bessere Bildqualität. Interessanterweise wurden die meisten dieser Whispy-Linsen zusammen mit Artefakten aus der Wikingerzeit entdeckt. Aber ihr handwerkliches Niveau deutet auf ein Wissen über Optik hin, das es nach Ansicht der etablierten Wissenschaft damals noch nicht gegeben haben dürfte. Es wird spekuliert, dass diese Linsen in Byzanz oder Osteuropa hergestellt worden sein könnten. Aber das erklärt nicht, wie sie zu den Wikingern auf Gotland gelangten. Interessanterweise besaßen die Goten von Gotland auch viele Sonnenruhensteine. Es gibt Vermutungen, dass diese Linsen zur Vergrößerung, zum Bau von Teleskopen und sogar zum Entzünden von Feuer verwendet wurden. Zwar wissen wir heute, dass es überzeugende Beweise dafür gibt, dass intensive Hitze einige antike Städte oder Festungen in Glas verwandelt hat. Doch scheint die eigentliche Ursache entweder in einem Krieg oder in einem kataklysmischen Ereignis zu liegen. In den mittelalterlichen Überlieferungen gibt es viele Geschichten von riesigen Feuern, die vom Himmel herabsteigen und Städte vernichten. Diese Art von Erzählung ist nicht neu. Wir haben alle von der biblischen Geschichte von Sodom und Gomorra gehört, wo es Schwefel und Feuer regnete. Ähnlich wie das griechische Feuer. Die Frau von Lot wurde in eine Salzsäule verwandelt oder verglast. Wenn es sich nicht um einen Todesstrahl handelte, waren einige antiken Kulturen möglicherweise in der Lage, Feuer über eine große Entfernung zu projizieren und seine Hitze durch spezielle Methoden zu verstärken? In Ilias von Homer greifen die Götter oft ein, indem sie Feuer in verschiedenen Formen herabschicken, um der ein oder anderen Seite zu helfen. Antike Texte aus China und Indien beschreiben ebenfalls etwas, das man als fortschrittliche Kriegsführung bezeichnen könnte, nämlich Feuerpfeile und andere Waffen, die über große Entfernungen verschossen werden konnten. Einige behaupten, dass es sich dabei um ausgeschmückte Schilderungen realer historischer Ereignisse handeln könnte, die möglicherweise eine Form von antiker Technologie oder Naturphänomen beinhalten. Auch die Kamera Obscura steht damit in Verbindung. Das Konzept der Kamera Obscura, das von Aristoteles im 4. Jahrhundert vor Christus erwähnt und später von dem chinesischen Moisten und dem irakischen Gelehrten Ahazan weiterentwickelt wurde, zeigt das antike Interesse an Optik und Lichtmanipulation. Chen Gu, ein Staatsmann aus der chinesischen Song-Dynastie, war der erste, der die Beziehung zwischen Brennpunkten und der Lochkamera in seinem Traumpool-Essay von 1088 nach Christus klar darlegte. Es gibt auch biblische Berichte, wie die Trompeten bei der Schlacht von Jericho, die als möglicher Hinweis auf antike Energiewaffen gedeutet werden können. Der Erzählung zufolge marschierten die Israeliten um die Mauern von Jericho herum, wobei die Priester, die die Bundeslade trugen, in die Hörner bliesen. Die Stadtmauern zerfielen dann auf wundersame Weise, sodass die Israeliten einen verheerenden Angriff durchführen konnten. Handelt es sich hierbei um eine Art antiker, gerichteter Energiewaffe, die möglicherweise die Nutzung von Schallenergien andeutet? Dieses Verständnis hat seine Wurzeln in der antiken Kymatik, die in der antiken Architektur für positive spirituelle Bestrebungen eingesetzt wurde. Es ist jedoch möglich, dass dasselbe Wissen auch für hochlosere Zwecke genutzt wurde, zum Beispiel um Zerstörung zu verursachen. Das Buch der Offenbarung geht noch tiefer und beschreibt die sieben Siegel, die sieben Posaunen und das Ausgießen der sieben Schalen des Zornes, die alle zu katastrophalen Ereignissen auf der Erde führen. So lässt die erste Posaune Hagel und Feuer vermischt mit Blut herabregnen und verbrennt ein Drittel der Bäume und alles grüne Gras. Offenbarung 8, Vers 7 Es ist gut möglich, dass diese Erzählungen eine Form von fortgeschrittener, möglicherweise waffenartiger Technologie oder Phänomen beschreiben und nicht nur göttliches Eingreifen. Die Vorstellung von Trompeten oder gezielten Waffen, die örtlich begrenzte Zerstörung verursachen, ist ein wiederkehrendes Thema in verschiedenen mittelalterlichen Handschriften, was darauf hindeutet, dass an diesen Berichten etwas dran ist. Und die Technologie des Brennglases ist nicht nur auf Archimedes beschränkt. Wir sollten auch zwischen Brennlinsen und Brennspiegeln unterscheiden. So soll beispielsweise Proclus, eine Figur aus dem 6. Jahrhundert, eine solche Technik eingesetzt haben, um die vitalische Flotte während der Belagerung von Konstantinopel zu zerstören. Auch Al-Hazan erörtert Brenngläser in seinem Buch der Optik, das seinerseits auf älteren griechischen Werken beruht. Roger Bacon, der berühmte Alchemist des 13. Jahrhunderts, schrieb ebenfalls über die Möglichkeiten von Brenngläsern und anderen optischen Geräten. Die Tatsache, dass diese Technologien von Alchemisten diskutiert wurde, lässt auf ein gewisses Maß an Geheimhaltung oder Spezialwissen schließen. Es gibt zahlreiche alchemistische Stiche, in denen diese Geräte abgebildet sind. Und auch Giambattista de la Porta, der Autor von Natural Magic, spricht über die Anwendung von Brenngläsern. Stiche aus dem 17. Jahrhundert bestätigen, dass diese Linsen für praktische Zwecke wie das Entzünden von Feuer verwendet wurden, was ihre Existenz und Verwendung um 1650 bestätigt. Im Bereich der optischen Studien bietet die Korrespondenz zwischen dem walisischen Mathematiker John Bulkeley und Thomas Harriot in den späten 1590er Jahren mehr, als man denkt. Bulgleys Untersuchung über eine plansphärische Linse mit einem Durchmesser von 48 Fuß wurde weitestgehend als die Träumereien eines fantasievollen Geistes abgetan. Aber eine solche schnelle Ablehnung ist vielleicht voreilig. Harriots umfangreiche Berechnungen über die optischen und brennenden Eigenschaften der Linse deuten auf ein Maß an Ernsthaftigkeit hin, das uns fragen lassen sollte, ob es sich lediglich um eine theoretische Übung oder um die Erforschung von etwas Substantiellerem handelt. Harriots Genauigkeit, mit der er sowohl das Sign-Law als auch die Interpolation des Reflection-Tables anwendet, zeugt von einem Wissenschaftler, der sich der Präzision verschrieben hat. Dies legt nahe, dass er das Konzept der großen Linse, die in der Lage ist, Objekte aus der Ferne zu verbrennen, nicht nur als amüsantes mathematisches Problem betrachtete. Außerdem arbeitete Harriot nicht isoliert. Die Idee großer Brenngläser war Teil einer englischen Tradition der Optikforschung, befeuert durch kühne Behauptungen wie die von Thomas Diggs, der behauptete, dass die Brillengläser seines Vaters Objekte in einer Entfernung von einer halben Meile verbrennen konnte. Angesichts Harriots systematischer Entlarvungen von Diggs' Behauptungen durch seine Berechnungen scheint es, als ob Harriot sich in einer Faktenüberprüfungsmission befand, um dieses Wissen geheim zu halten. Ich meine, betrachtet die zeitliche Abstimmung dieses Dialogs. Harriot untersuchte die Eigenschaften einer enormen Linse zu einer Zeit, als das Interesse an Optik rapide wuchs und das Gebiet der optischen Waffen sich über den Bereich der Alchemie und Folklore hinaus zu bewegen begann. Seine Interesse an einer riesigen Linse könnte daher nicht als fantastische Vorstellung, sondern als gezielte Erkundung der Grenzen dessen gesehen werden, was wissenschaftlich machbar war und vielleicht dessen, was in der Vergangenheit machbar war, aber aus bekannten Gründen verloren gegangen oder vertuscht wurde. Ob es sich nun um eine Vertuschung oder eine verlorene Kunst handelt, die sorgfältige Studie einer solchen kolossalen Linse zwingt uns dazu zu überlegen, welche Fähigkeiten in einem weniger dokumentierten Zeitalter verstanden und vielleicht angewendet worden sein könnten. Betrachten wir die bedeutenden Beiträge, die Brenngläser zur Wissenschaft geleistet haben. Sie wurden im chemischen Studium des 18. Jahrhunderts verwendet, um Materialien in geschlossenen Gefäßen zu verbrennen und trugen zu wichtigen Entdeckungen bei. Linsen wie diese trugen zur Entdeckung der entpologistizierten Luft bei, dem, was wir heute als Sauerstoff kennen. Offensichtlich handelt es sich hier nicht nur um einen Trick aus dem Zauberkabinett. Dies ist ein Gerät, das unser Verständnis der Welt grundlegend geprägt hat. Die Brennlinse des Großherzogs der Toskana wurde von Sir Humphrey Davy und Michael Faraday am 27. März 1814 verwendet, um einen Diamanten in Sauerstoff zu verbrennen. Doch was faszinierend ist, ist, dass diese Technologie nicht nur in den Schriften obskurer Geschichten verloren gegangen ist oder auf Kinder beschränkt ist, die mit Vergrößerungsgläsern spielen. Die wissenschaftliche Gemeinschaft von der islamischen Welt bis zum mittelalterlichen Christentum erforschte aktiv Brenngläser. Also, wenn ein Gerät wie das Brennglas eine derart umfangreiche dokumentierte Geschichte hat, inklusive eine bedeutende Rolle bei wissenschaftlichen Entdeckungen, warum neigen wir so dazu, seine mittelalterlichen Anwendungen abzulehnen, insbesondere diejenigen, die möglicherweise von Genies wie Archimedes genutzt wurden. Ist es nicht denkbar, dass Archimedes die Grundprinzipien des Brennglas aufgegriffen und sie mit seinem beispielslosen Verständnis von Mathematik, Optik und Physik verstärkt haben könnte? Die Puzzleteile sind vorhanden, aber vielleicht ist es die Linse, durch die wir die Geschichte betrachten, die eine Anpassung bedarf. Könnte es sein, dass wir zögern zu glauben, dass die Alten vielleicht ein Verständnis von dem hatten, was wir als moderne Technologie betrachten? Ist es einfacher zu glauben, dass alle Brenngläser und Spiegel nichts weiter als bloße Kuriositäten waren, anstatt gezielte wissenschaftliche Werkzeuge? Die Begriffe gerichtete Energiewaffen oder Directed Energy Weapons tragen einen Hauch von futuristischer wissenschaftlicher Fiktion und Mystik mit sich. Und doch, wie wir gesehen haben, wurden die Grundprinzipien für solche Waffen vor Jahrtausenden gelegt. Es stellt sich die Frage, wenn diese Geräte in der Kriegsführung oder in anderen Formen der Machtausübung effektiv waren. Wäre es dann nicht vorteilhaft für die herrschende Elite, diese Technologien geheim zu halten? Das Wissen könnte als Staatsgeheimnis eingestuft werden, vorbehalten für die Mächtigen. In diesem Szenario würde die Mythologisierung dieser Werkzeuge als wirksame Form der Desinformation dienen, die die allgemeine Bevölkerung im Dunkeln lässt, während die Technologie für den exklusiven Gebrauch bewahrt wird. Und vielleicht am interessantesten ist, dass diese Todesstrahlen auf Weltausstellungen eingesetzt wurden, wie zum Beispiel eine Vorrichtung namens Purelio Foros, die auf der Weltausstellung in St. Louis immer 1904 präsentiert wurde. Entwickelt vom portugiesischen Priester Manuel Antonio Gomez, alias Pada Himalaya, war der Purelio Foros kein durchschnittliches Brennglas. Anstelle einer einzigen Linse verwendete er eine konzentrische parabolische Anordnung von Spiegeln, um Sonnenlicht auf einen einzigen Punkt zu fokussieren. Das Gerät konnte Materialien auf erstaunliche 3500 Grad Celsius erhitzen, ausreichend, um verschiedene Metalle und Gesteine zu schmelzen. Dies war nicht nur ein Spektakel, sondern auch eine Demonstration dessen, was mit konzentrierter Sonnenenergie erreicht werden konnte, und erregte so viel Aufmerksamkeit, dass es auf der Messe zwei Goldmedaillen und eine Silbermedaille gewann. Gomez ging bei seinem bahnbrechenden Abenteuer keine Kompromisse ein. Er ließ den Pyreliophorus in mehreren Rechtsgebieten patentieren, darunter Großbritannien unter der Patentnummer GB 190 116 181 und den Vereinigten Staaten unter der Patentnummer US 797891. Offensichtlich sah er das kommerzielle oder sogar militärische Potenzial für sein Gerät, das in der Lage war, solche Wärmekonzentrationen zu erzeugen, weit über den Bereich wissenschaftlicher Neugier hinaus. Die Tatsache, dass das Gerät ein Ursystem verwendet, um die Spiegel kontinuierlich für die Sonnenausrichtung zu drehen, zeigt ein Maß an Ingenieurskunst, das Fragen aufwirft. Angesichts der Ära überschreiten die Fähigkeiten des Pyreliophorus sicherlich die Grenzen dessen, was zu dieser Zeit für möglich gehalten wurde. Es lässt einen darüber nachdenken, was im frühen 20. Jahrhundert oder sogar davor in Bezug auf die Konzentration von Solarenergie und optische Waffen möglicherweise in Arbeit war. Also, das war das Magnum Opus von Gomez, ein mechanischer Solar-Todesstrahlofen, der bei der Weltausstellung von 1904 in St. Louis einen großen Eindruck hinterließ. Nicht nur gewann die Vorrichtung den Hauptpreis, sondern sie konnte buchstäblich Temperaturen von fast 4000 Grad Celsius erreichen. Stellt euch vor, dass ein Gerät aus den frühen 1900er Jahren, bestehend aus einer Anordnung von Spiegeln, die mit einem Ursystem verbunden sind, in der Lage wäre, Basaltgestein oder jedes dem Menschen bekannten Metall alleine durch die Kraft der Sonne zu schmelzen. Es bestand aus drei Hauptkomponenten, eine Klappe aus kristallinem Material, um die Sonnenstrahlen aufzunehmen und zu konzentrieren, einem Ofen und einem komplexen Urwerksmechanismus, um die Position des Gerätes entsprechend der Bewegung der Sonne anzupassen. Es hatte sogar ein System, um die zu schmelzenden Materialien automatisch zu wechseln. Die Größe des St. Louis Modells war erstaunlich und umfasste eine 80 Meter lange Parabel aus 6177 reflektierenden Spiegeln und war 13 Meter hoch. Dies war nicht einfach nur eine Garagenerfindung, es war ein technologisches Wunder, das weltweit Aufmerksamkeit erregte. Noch interessanter ist, dass nach all diesen Erfolgen Faser Himalayas Purelio Foros aus einem Lagerhaus in den Vereinigten Staaten gestohlen wurde, in dem es aufbewahrt wurde. Obwohl ihm erhebliche Summen und sogar die Staatsbürgerschaft der USA angeboten wurden, weigerte er sich, sein Inventar zu veräußern oder seine Staatsangehörigkeit zu ändern. Seine Erfindung hätte vielfältige Anwendungen haben können, von industriellen Schmelzprozessen bis zur Energieerzeugung. Doch angeblich ging es in der Geschichte verloren. Gomez beschränkte sich nicht nur auf Solarenergieerfindungen. Im Jahr 1913 baute er auch ein frühes Geoengineering Gerät, sodass das Konzept der Wettermanipulation nicht nur dem Bereich der Science Fiction entsprang. Es wurde seit über einem Jahrhundert experimentiert. Trotz dieser historischen Beweise finden viele Menschen die Idee der Wettermanipulation immer noch abwegig. Dennoch arbeitete Emilia vor mehr als 100 Jahren an einer Lösung für dieses Problem. Ein Mehrkanonensystem entwickelt, um Regen zu erzeugen. Und ja, ihr habt richtig gehört. Eine Kanone, die Regen erzeugt. Die Einrichtung umfasste eine polygonale Anordnung von Kanonen, die gleichzeitig abgefeuert werden konnten und explosive Ladungen in den Himmel schickten. Die Absicht war es, sowohl vertikale als auch horizontale Störungen in der Luft zu erzeugen, Wolken kollidieren zu lassen und so Regen auszulösen. So abwegig es auch klingen mag, erste Experimente im Gebiet Serra de Estrella behaupten, tatsächlich Regentropfen erzeugt zu haben. Also funktionierte das System. Sie sagen, der Prozess sei zu teuer gewesen und das Abschießen ausreichend vieler Sprengstoffe, um das Wetter zu beeinflussen, habe ein Loch in den gesamten Etat gerissen. Daher wurde die Technologie trotz ihrer potenziellen Wirksamkeit auf Eis gelegt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Geschichte so einfach abkaufen würde. Und die Geschichte endet nicht dort. Tatsächlich geht sie bis nach dem Ersten Weltkrieg weiter, als Gerüchte die Runde machten, dass die Deutschen Father Himalayas Pläne gestohlen hatten, um eine Kanone zu entwickeln, die fälschlicherweise Dicke Bertha oder Wilhelm Geschütz genannt wurde. Auch könnte der Purelio Foros Per Helio Forres oder Per Helio Forres ausgesprochen werden, da es verschiedene Versionen des Namens gibt, die du entdecken wirst, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst. Vielleicht wurde er geändert, aber dieses Konzept war nicht übermäßig kompliziert. Die Idee existiert seit Jahrtausenden. Diocles diskutierte schon vor langer Zeit die leistungsstarken Brenneigenschaften parabolischer Spiegel und es gab Interesse an der Herstellung großer Linsen. Im Wesentlichen wäre lediglich eine Vorrichtung, die Sonnenlicht an einen bestimmten Punkt durch einen großen Spiegel oder ein Brennglas fokussieren könnte erforderlich, um als primitivste Energiewaffe oder sogar als rudimentärer Laser zu fungieren. Also wurden Laser wirklich erst Mitte des 20. Jahrhunderts erfunden oder waren ähnliche Geräte schon den antiken Zivilisationen bekannt? Wenn solch ein Gerät existierte, das Objekte schmelzen oder aus der Ferne Feuer entzünden konnte, wurde es jemals für Kriegszwecke eingesetzt? Könnte es verwendet worden sein, um Schiffe oder sogar ganze Städte zu zerstören und sie aus den Geschichtsbüchern zu tilgen? Was denkst du? Besaßen die Antiken eine solche Technologie? Gibt es wirklich nichts Neues unter der Sonne? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann schaut doch gerne in die Beschreibung, dort findet ihr einen Link zu Paypal, das würde uns sehr weiterhelfen. Ansonsten könnt ihr die Videos natürlich auch mit euren Freunden teilen, das hilft auch. Und mit dem gesagt, ist alles was wir hoffen können, dass unser Verstand entschleiert wird. Lass alles los, was du für wahr hältst. Entspanne den Geist und stelle die Frage, verstehe ich wirklich, was diese Realität ist? Geist. Untertitelung des ZDF, 2020